Mühselig und beladen seid, und zwar aufgrund dieses alten Gesetzes. Kommt zu mir. Ich bin gekommen, um eure Sünden und um die Bestrafung und den Fluch von euch wegzunehmen. Nehmt mein Joch auf euch. Das ist leicht. Das ist leicht. Und die Leute, die das gehört haben, waren erstaunt. Das ist etwas Neues. Und sie begannen sich auszutauschen. Das ist die frohe Botschaft. Das ist sehr gut. Komm, wir folgen ihn. Ja. Und das ist so, wie das Wort frohe Botschaft überhaupt erst ausgekommen ist. So wirkt der Heilige Geist in uns. Wir machen jetzt eine Pause und hören dann mehr über den Heiligen Geist. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Amen. 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 Amen.